Wir haben den Laden jetzt 23 Jahre, seit elf Jahren allerdings nur als Herrenaussteller, ganz früher haben wir auch Damen und Herren gemacht, aber haben uns dann die letzten zehn Jahre rein auf den Herren konzentriert. Das war eine sehr gute Entscheidung. Und was ist so das ganz Besondere hier an dem Geschäft? Ich glaube, das ist einmal die Atmosphäre, das sind unsere Mitarbeiter, unser Service und unsere Auswahl an Dingen für den Mann von morgens bis abends, vom Kopf bis zum Fuß, von allem drum und dran. Und dass wir sehr individuelle Dinge selbst auch anfertigen können, weil wir selbst auch eine eigene Marke haben und selbst produzieren, sodass wir eigentlich fast jeden Herrenwunsch erfüllen können. Seit kurzem noch da, aber nur Max. Produzieren wir selbst in Italien alles Handarbeit, in dem Ding einen Eindruck machen werden, der haften bleibt. Für uns ist nicht nur der Prominente wichtig, sondern für uns ist jeder Kunde, der reinkommt, unser Highlight, unser VIP und unser Most Wanted Kunde und da möchten wir gar keinen Unterschied machen. Wir möchten jedem, egal ob er prominent ist, nicht prominent ist, so bedienen, wie er es verdient hat, nämlich von vorne bis hinten perfekt. Unabhängig von Namen, Stellung oder sonst was interessiert uns eigentlich nicht. Unabhängig von dor, pinnakem Ernst trusted two, einen